So, eine neue Runde Green Hell. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich war hier kurz nach der letzten Folge kurz unterwegs hier und hab hier was entdeckt. Wir haben jetzt das Rezept bekommen für eine Fischfalle. Jetzt haben wir keinen Platz mehr. Schön. Banane. Die können wir essen. Die können wir essen. Dann nehmen wir doch mal den Fisch hier mit. Ach, der muss da rein. Können wir da irgendwie... Also, aktuell finde ich, hat das Spiel noch ein Problem. Und das Problem sehe ich vor allem darin, dass wir nichts lagern können. Jetzt schmeißen wir halt die Tabakblätter mal hier drauf. Und schmeißen mal... Da machen wir gleich Verbände draus. Das wäre doch ein cooles Feature. Dass wir hier so ein bisschen Lagerplatz schaffen können. Wie auch immer. Also in Form von Kiste. Irgend so was. Weil aktuell ist es echt ein bisschen nervig. Da wir... Wie ihr seht, nichts lagern können. Aber wir schmeißen es halt einfach hier ordentlich hin. Wir müssen uns da so ein kleines... Kleines Lagersystem ausdenken. Oh Gott, jetzt muss ich sechs Federn da hinschmeißen. Okay. Die stacken hier eigentlich ganz schön, ne? So. Federn mal dahin. Das sind unsere Verbände. Die Steine, können wir die noch aufeinander packen irgendwie? Ne. Passt nicht mehr. Aber jetzt sollten wir den Fisch mitkriegen. Wir haben keine Ahnung, wie diese Fischfallen letzten Endes funktionieren. Den nehmen wir mal mit. Den Körper. Den Körper des Fischs. Jetzt müssen wir bestimmt sammeln machen. Dann sollten wir doch hoffentlich da... Wir bekommen raus Knochennadeln. Wir bekommen Fischgräten raus. Und wir haben hier... Großfleisch. Dann machen wir uns doch mal eine Fischsuppe, oder? Kochen wir uns eine Fischsuppe. So, leere Schal, leere Schal, leere Schal. Okay. Jetzt müssen wir wirklich gucken, dass wir Essen rankriegen. In Form von Kokosnüssen und sonstigem. Und ich würde sagen, wir gestalten das ein bisschen so. Da wir hier so ein Lager haben... Sind hier irgendwo Maden? Ich glaube doch, Maden gehört. Ach, das ist das Ding. Da ist nichts mehr. Okay. Da ist ein Palmenblatt. Das sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Das auch noch. Die können wir nämlich hier irgendwo lagern. So. Wir werden jetzt die Sachen einfach mal bei uns ins Lager werfen. Ist zwar jetzt nicht die beste... Die beste Lösung. Aber ich denke vorab erstmal eine gute Lösung. Hier ist wieder Tabak. Den nehmen wir mit. Was wir finden, nehmen wir mit. Stöcke brauchen wir. Wir brauchen wieder Holz. Und das möchte ich jetzt so ein bisschen vorbereiten. Allerdings sehe ich gerade, dass wir uns erstmal schlafen legen sollten. Oh, und wir haben bestimmt wieder Egel. Kann das sein? Wir haben wieder irgendwas. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Dann werden es wieder Egel sein. Na klar. Kann man die eigentlich essen? Ich weiß, es ist makaber. So. Wo schmeißen wir denn die Kokosnüsse hin? Wir schmeißen wir auch mal da oben hin. Hier auf den Tisch. Machen wir mal die ganzen Kokosnüsse. Wupp. So ein bisschen hier verteilen. So. Perfekt. Jetzt würde ich sagen, nächtigen wir mal eine Runde in der Hängematte. So lange, bis er wieder einigermaßen fit ist. Wann wachen wir denn auf? Natürlich wieder gegen Abend. Aber das macht nichts. Wir lassen ihn jetzt mal hier aufwachen. Wir haben wieder einen Wurm. Na klar. Na klar. Wo haben wir denn einen Wurm? Da. Ew. Ah Mist, ich habe vergessen aufs Feuer zu achten. Ich dödel. Ich habe vergessen aufs Feuer zu achten. Können wir die hier auch nehmen? Ja, die können wir dafür auch nehmen. Jetzt sollten wir da draußen noch einen antiseptischen Verband machen. Dass es nicht wieder so schief geht wie letztes Mal. So, wickelt den mal da rum. Wickelt den mal da rum. So. Jetzt ist er wieder zufrieden. Jetzt müssen wir das Feuer wieder kurz anschüren. Das hatte ich nämlich vergessen. Nachzulegen. Weshalb wir jetzt hier kein Lagerfeuer mehr haben. Aber. Lagerfeuerasche. Das nehmen wir mit. Gibt da noch mehr Kohle? Jawohl. Die brauchen wir nämlich glaube ich zum Filtrieren von Wasser. Das heißt, es ist zwischendurch gar nicht schlecht. Mal das Feuer runterbrennen zu lassen. So, jetzt müssen wir das ein bisschen weiter vorne hier hinstellen. Das hat nämlich letztes Mal gar nicht funktioniert. Haben wir genug Stöcke? Nein, haben wir nicht. Du kommst da mal weg. Dich hatte ich doch hierhin verfrachtet. So ist brav. Jetzt brauchen wir noch einen kleinen Stock. Vielleicht können wir... Ah, das wird eh nichts hier, ne? Das wird nichts. Wir müssen noch einen Baum fällen. Hilft alles nichts. Dann klappt es nämlich mit dem Feuer. So klappt es nicht. Es ist ja noch nicht ganz so dunkel. Das heißt, ich habe noch die Hoffnung, dass wir jetzt noch schnell hier... ...einen Baum gefällt bekommen. Ohne komplett im Dunkeln durch die Gegend zu tapsen. Eben der Baum würde mich auch mal interessieren. So müssen wir dann auch mal niederknüppeln. Nimm die mal alle mit hier. Du wirst sie brauchen. Glaub mir. Kleiner Stock. Kleiner Stock. Ja, da ist... ...ein Bananenblut. Da ist ein Baum. Den wollen wir. Den machen wir jetzt alles zu kleinen Stöcken. Zumindest so weit wie es geht. So, Holzscheit. Da fangen die Stöcke an. Sehr, sehr schön. Stock. Den langen Stock machen wir ebenfalls. Zu Stöcken. Den nehmen wir mit. Äh, sammeln. Wunderbar. Wie gesagt, wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir hier unseren Kollegen ein bisschen aufbauen. Dass es dem dann Stück für Stück besser geht. Denn aktuell geht es ihm noch nicht ganz so gut, ne? Aktuell geht es ihm noch nicht ganz so gut. Und vor allem geht es unserem Lager noch nicht gut. Wir müssen noch ein paar Fallen aufbauen. Das wäre mir ganz wichtig. Dass wir hier auch Tierchen fangen können. So. Dann hatten wir gesagt, machen wir das Holzlager hin. Da kommen die Holzscheite hin. Jetzt schauen wir mal. Das sollte doch für ein Feuer reichen. Jawohl. Einmal Feuer machen. Da brauchen wir demnächst auch mal neun. Wo sind die trockenen Blätter? So. So langsam geht es vorwärts. Unsere Basis nimmt langsam Form an. Wir müssen nur noch irgendwie schaffen, das alles so ein bisschen am Laufen zu halten. Und dann wird das schon. Jetzt packen wir die hier gleich wieder rein. Da ist Wasser drin. Jawohl, ja. So. Können wir irgendwas kochen? Wir hatten doch mit Sicherheit... Ne, da haben wir gar nicht so viel, ne? Die würde ich gerne aufheben. Die würde ich gerne aufheben. Da oben hatte ich noch einen Knochen gesehen. Den nehmen wir mit. Dann können wir uns ein Knochensüppchen kochen. Ein Knochensüppchen. So. Wunderbar. Es wird langsam. Die stellen wir jetzt wieder hier draußen irgendwo hin. Sehr schön. Also ihr seht, Stück für Stück wird das Ganze. Hier ist unser Wasserfilter, falls es mal nicht regnen sollte. Müssen wir da schon Kohle reinschmeißen? Ne, müssen wir doch nicht, ne? Ne. Könnte sein, dass wir da zwischendurch mal Kohle auffüllen müssen. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt allerdings ganz gerne mal gucken, was so eine Fischreuse, beziehungsweise so ein Fischfanggerät an Material benötigt. Denn wenn wir Fische fangen könnten, wäre das ja auch eine ganz gute Nahrungsquelle. So, und jetzt haben wir hier eine Steinfalle und wir haben 27 Stöcke. Das ist natürlich ein Wort, ne? 27 Stück. Da müssen wir schon ein bisschen was für schaffen. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns als allererstes erstmal um eine Steinfalle. Hier macht die doch Sinn. Da brauchen wir nämlich nur drei kleine Stöcke und einen großen Stein. Den habe ich nämlich gerade hier liegen sehen. So. Jetzt brauchen wir hier nur noch einen Köder. Dann nehmen wir natürlich die Larve dazu. Und hoffen mal, dass wir hier was fangen. Ein Steinchen können wir auch mal mitnehmen. Wahnsinn. 27 Stöcke. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf die Suche, ne? Kann man hier eigentlich was draus machen? Ne. 27 Stöcke. Das ist schon... Das ist schon heftig. Lass mich mal ganz kurz auf unsere Uhr gucken. Was brauchen wir denn? Könnten wir was trinken? Und wir essen die auch gleich. Essen. Essen. So. Dann geht es uns doch schon deutlich besser. Jagen machen wir nur am Tag. Alles andere macht keinen Sinn. Jetzt gucken wir uns doch hier mal einfach um. Hier vielleicht mal so einen Baum fällen. Seile. Seile brauchen wir auch wieder. Es gab mal eine Zeit, da war unser Rucksack voll mit Seilen. Da würde ich gern wieder hinkommen. Ne? Dass wir hier einfach mal solide... Solide alles haben, was wir aktuell so brauchen. Oh, das wird... Das wird... Mit dem langen Stock wollte ich nicht mitnehmen. Ich wollte ihn sammeln. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Dich sammeln wir wieder. Bin mal gespannt, was so ein Fischding bringt. Das ist halt das Praktische jetzt, wo wir hier am Fluss leben. Können wir uns auch vom Fluss so ein bisschen ernähren. Vermutlich nicht für immer. Wird auch nicht als Hauptnahrungsquelle dienen. Aber... Ja, so Stück für Stück jede Quelle mal ein bisschen... Bisschen ausgenutzt. Und dann denke ich, kommen wir ganz gut über die Runden. Dich nehmen wir auch mit. Möchte jetzt halt nicht so weit weg, ne? Möchte jetzt nicht so weit weg. Erstmal möchte ich nicht so weit weg. Aber wir werden noch auf keinen Fall 27 Stöcke haben. So viel ist sicher. So. Da ist noch einer. Ah, wir sind voll. Okay, dann sollten wir die Stöcke jetzt mal da reinklopfen. Die wir so haben. Denn verschwenden müssen wir sie jetzt ja auch nicht, ne? So, weiter geht's. Dann bauen wir uns eine Fischhäuse. Riesenkröte. Ja, cool. Die Falle funktioniert. Maden. Ich hatte noch was gelesen. Ich hatte letztes Mal das ganze verrottete Fleisch weggeschmissen. Und da kam von irgendjemandem das Kommentar, dass das gar nicht so weise war. Denn man kann Maden aus dem Fleisch gewinnen. Und das wäre ja, das wäre ja eine ganz, ganz wichtige Sache, ne? Wenn wir das hinkriegen würden, dass wir öfter mal verrottetes Fleisch finden, hätten wir Maden für unsere Fallen. Also an dem Punkt habt ihr recht, da, man sollte hier wirklich nichts wegwerfen, was man so findet. Und ich habe den Fehler gemacht, ne? Ich habe was weggeworfen. Am Ende ist man immer schlauer. Oh, das wollte ich nicht. Naja. So, die lassen wir mal da liegen. Die dienen uns als Vorrat. Und jetzt gucken wir mal, wie viele Stöcke haben wir. Da liegt ja auch noch Holz. Also vielleicht kriegen wir das hier hin, die Reuse. So, jetzt machen wir mal hier aus euch. Machen wir noch fix Stöcke. Sammeln. Wie viele kriegen wir da raus? Sieben. Sammeln. Oh, da sind jetzt einige davon geflogen. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich genug haben. Jawohl. Muss ich hier was reinlegen? Ja. Auch hier sollte ich vielleicht was reinlegen, ne? Okay. Da müssen wir das gleiche drüben auch noch machen. Stock. Stock. Dich nehmen wir mit. Das ist mit dem Tragen. Also vielleicht geht es auch anders. Und ich habe es noch nicht raus. Aber momentan trage ich das immer so durch die Gegend. Also wenn einer von euch da weiß, wie das vielleicht ein bisschen eleganter geht, wäre mir da doch sehr geholfen. So. Denn ich möchte ja möglichst viel, möglichst viel verwenden. Kann man die Kröte einfach da reinschmeißen? Nee. Die müssen wir schon ausschlachten, Mimmi. Die müssen wir schon ausschlachten. Da können wir dann wieder Verbände draus machen. Riesenkrötenfleisch roh. Dann kochen wir uns da doch ein Süppchen. Hier essen wir mal was. Das können wir auch noch essen. Das können wir noch essen. Und so eine Banane können wir auch noch essen. Und dann wird es doch langsam. Jetzt brauchen wir halt langsam tote Tierchen, ne? So hart wie es klingt. Trinken. 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 Wie sieht es denn aus? Brauchen wir noch irgendwas? Ah, top zufrieden. Guter Zeitpunkt, um einmal kurz zu speichern. Sehr schön. Das kocht vor sich hin. Alles wunderbar. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Nacht noch hier rumkriegen. Und ich würde sagen, die kriegen wir rum, indem wir einfach schlafen. Und geht es gut? Da können wir mal bis 8 Uhr schlafen. Sehr schön. Gut. So, und jetzt geht es dem Buschi an den Kragen. Ich will wissen, ob man damit was machen kann. Und vor allem, was dabei rüberkommt. Irgendwie nichts Wichtiges, oder? Haben wir irgendwas in unser Inventar bekommen? Wirklich. Nicht wirklich. Außer ein paar Stöcke ist dabei nichts rausgekommen, ne? Schade. Dachte, das wäre jetzt eine neue Pflanzenart, die wir eventuell noch nicht entdeckt haben. Aber dem ist nicht so. Es scheinen wirklich nur Stöcke bei rumgekommen zu sein. Oder was ist das? Zwiebel. Eine unbekannte Zwiebel. Gut, das ist natürlich wieder was anderes, ne? Eine essbare Zwiebel. Wir schmeißen mal schnell die Kokosnüsse da hoch. Guck mal, da ist doch so eine Schale. Fall die da rein? Ja. Das scheint zu gehen. Wo ist die Zwiebel? Stein. Zwiebel. Die nehmen wir mit. Gucken wir mal, was wir mit der Zwiebel anstellen können. Essen? Vielleicht können wir aber auch was mit kochen. Gucken wir mal. Jetzt habe ich es getrunken, ich dödel. Das war nicht der Plan. Ja. Wir kochen sie mal. Wir kochen sie mal. So. Da hatten wir immer... Wir machen jetzt einfach mal hier das fertige Essen hin. Und das unfertige kommt da hin. Jetzt probieren wir doch mal. Können wir so eine Banane... Ne, eine Banane können wir da nicht reinwerfen. Okay. Okay. Maniko-Suppe. Komm, wir trinken sie mal. Oha. Da geht... Da passiert was. Und zwar richtig. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt, die Pflanzen, wenn wir sie finden, nehmen wir mit. Zwecks... Zwecks der Zwiebel, ne? Zwecks der Zwiebel rentiert sich das. Sehr gut. So, Kokosnüsse haben wir jetzt genug. Holz nehmen wir mit, wenn wir unterwegs finden. Jetzt würde ich sagen, laufen wir doch nochmal hier so ein bisschen durch die Gegend. Denn ich hätte gern noch so ein bisschen Fleisch auf Vorrat. Bevor wir uns dann tatsächlich so langsam mal irgendwo hinbegeben. Was seid denn ihr? Eine unbekannte Nuss. Von welchem Baum seid ihr gefallen? Da ist wieder so ein Bäumchen. Oh, wir haben wieder... Wir haben wieder irgendwas an uns. Ein Egel. Ein Egel. So. Oh, gleich geht unsere Axt auf. So, ich will eigentlich nur die Zwiebel. Wo ist die Zwiebel? Kurz warten, bis das alles hier sich so ein bisschen... Gibt es die nicht immer? Ist sie den Berg runtergekullert? Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Hm. Vielleicht gibt es sie tatsächlich nicht immer, ne? Vielleicht ist es nur so ein... So eine gewisse Chance, dass da eine bei rüberkommt. Na ja. Gucken wir mal. Es ist hell. Es ist Tag. Und ich habe hier doch Tierchen gehört. Vielleicht findet man hier irgendwo noch so ein... So ein Schweinchen, das wir dann grillen könnten. Ihr fängt wieder dieses doofe... Doofe Etwas an, Geräusche zu machen. Schweinchen. Ah, jetzt ist es weggerannt. Schweinchen. Schweinchen. Ah, da ist es. Zack. Das haben wir. Gut, dann hätten wir auch was zum Abendessen. Wunderbar. So soll es doch sein. Kein Platz mehr. Ah, die Knochen möchte ich aber eigentlich nicht liegen lassen. Dann lassen wir lieber die hier liegen. Weil von den Kokosnusschalen haben wir definitiv genug. Und aus Knochen können wir Suppen machen, ne? Was ja auch nicht so zu unterschätzen ist. Die nehme ich doch ganz gerne mit. Die nehme ich doch ganz gerne mit. Und demnächst müssen wir uns da mal ein bisschen hier umschauen. Da vorne hatten wir ja eine Straße entdeckt. Der Tiger hatte uns dann vertrieben. Trotzdem würde ich mich da gerne noch mal umschauen. Weil wer weiß, was es da alles Tolles gibt. So. Ein paar Seile. Da sind noch ein paar Seile. Dann wird unser Rucksack doch langsam wieder voller. Das gefällt mir. Warst du ein Stock? Nein, du warst kein Stock. Da sind Pilze. Pilze, 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 Pilze. Pilze nehmen wir auch mit. Wir wissen zwar, sie sind unbekannt. Aber sie schmecken. Sie schmecken und helfen uns beim Überleben. Und das ist das Wichtigste. Dürfen nur nicht zu viel von dem ganzen Zeug mitnehmen. Weil es verdirbt ja auch. Und das ist wiederum noch mein aktuell größtes Problem. Dass die Dinge hier relativ schnell verderben. Da ist noch eine Liane. Kleine Stöcke haben wir schon zu viele. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. So, wie geht es unserem Feuerchen? Oh, da müssen wir was nachlegen. Und zwar schnell. Stock. Kann ich eigentlich so einen Holzscheiter draufschmeißen? Nee, das mag er nicht. Das mag er nicht. Aber dann schmeißen wir jetzt da ein paar Stöcke drauf. Können ja eigentlich fast alle draufschmeißen. Wir können auch ein paar Kleine mit draufschmeißen. Die bringen zwar nicht viel. Aber davon haben wir ja genug. So. Was haben wir da? Wasser. Wasser. Ich bin immer so ein Fan von Suppen. Das heißt, wir kochen uns erstmal ein paar Knochen-Süppchen. Dann haben wir hier noch jede Menge Fleisch. Entschuldigung. Aber noch jede Menge Fleisch. Das heißt, auch da können wir uns was draus machen. Ich stelle mal da hin. Ich stelle mal da hin. Wasser. Wasser. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was besser ist. Ob man Fleisch lieber kochen sollte. Oder ob man es im Wasser kochen sollte. Eine Fleischsuppe draus macht. Oder ob wir es tatsächlich lieber... Oh, da ist wieder ein Fisch drin. Cool. Oder ob wir es tatsächlich lieber einfach so braten sollten. Keine Ahnung. Da ist noch nichts. Doch, da ist auch ein Piranha drin. Also die Dinger rentieren sich, ne? Aber ich würde sagen, wir lassen die natürlich so lange leben, wie es geht. Denn, ähm... Das Wichtigste ist ja, dass die... Dass wir kontinuierlich was zu essen haben. Und aktuell stört es da keinen, wenn die da sind. Da sind wieder Tabakblätter. Habe ich noch welche? Einstecken. Jawohl, dann können wir die da noch draufwerfen. Was können wir da noch draufschmeißen? So ein paar Steine. Die brauche ich auch nicht immer mit mir rumschleppen. Hier, Steine ist übertrieben. Einen soll man behalten. Die Kohle können wir hier noch abliefern. Sehr schön. Was haben wir da? Die Lagerfeuerasche macht da vielleicht... Oh, die ist groß. Die ist groß. Gib mir die mal. Die müssen wir woanders hinpacken. Können wir hier vorne dran legen. Frisst zwar nicht viel Platz, aber sie frisst Platz. Da ist ja noch mehr Kohle. Die Federn sind durchgefallen. Okay. Auch nicht schlecht. Ja, also wie gesagt, da sollten die Entwickler sich noch so ein bisschen... Was sind das? Bitterholzblüten. Man kann irgendwas draus herstellen. Mal versuchen. Vielleicht können wir ein Verband draus machen. Lass mich mal schauen. Herstellen. Und Bitterholzblüte. Ne, mag er nicht. Mag er nicht. Okay. Okay. So. Ich würde aber sagen, aktuell, es fängt doch langsam an zu funktionieren. Unser ganzes Systemchen hier. Jetzt schmeißen wir da nochmal zweimal Fleisch da rein. Und dann sollten wir doch essenstechnisch ganz gut ausgestattet sein. So ein Fleischsüppchen hier. So ein Fleischsüppchen da. Pilzsuppe können wir auch noch kochen. Und unsere Werte sagen Bombe. Ich habe keine Ahnung, ob die hier... Ob die hier irgendwann... Verderben. Ich weiß es nicht. Den Holzscheit könnten wir allerdings mal hier rüberlegen. Da. Da liegt der gut. Das werden wir aber alles noch rausfinden. Ich würde sagen, wir päppeln uns jetzt noch ein bisschen auf. Gucken, dass es hier läuft. Wir werden noch ein, zwei Steinfallen aufbauen. Und dann gehen wir mal ein bisschen erkunden. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sind wir heute am Ende. Wir haben auch wieder maßlos überzogen, aber das macht ja nichts. Und beim nächsten Mal geht es dann einfach direkt hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.